Alles klar, Edwards. Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke, er wollte den Panzer fahren in das Dorf ein. Sachte Leute, wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Lassen wir dich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Ein Panzer. Achtung. Ein Bess, nicht im Wasser. Guter Schuss. Okay. Das war's für heute. Dreh mir das mal näher an. Wir haben einen Feind auf uns im Termin. Bist du sicher? Vielleicht ist es hier was anderes. Perfekt, Kumpel! Gut so, verpassen Sie ihm noch einen! Was ist das? Ja! Wie? 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 Volltreffer! Volltreffer! Ha! Jetzt sind sie nicht mehr so hart, was? Ganz ruhig! Bleib konzentriert! Ich verk leakage diezentrale. Jetzt habe ich die Knotsegeräte, aber auch ein Appausfeld. Ich würde das nicht mehripsen. Jetzt habe ich die Knotsegeräte. Du drehst uns doch ab, Stach! Worauf wachtest du, Enwards? Bring sie in Bewegung! Gegner! Erledige ihn! Das ist für Pritchett! Infanterie! Schießt sie ab! Gut so! Zerstör den Winzling! Wir haben den kleinen Bandart! Genau so, McManus! Sehr gut! Wir könnten es tatsächlich schaffen! Der Borscher ist schlau! Halt! Was war's das? Weiss! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Machen wir uns wieder auf den Weg zum Treffpunkt. Wie lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative. Wenn wir sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut, ziehen wir es durch. Bleibt in Bewegung. Verwirrt sie und hofft darauf, dass sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Was ist das? Zerstört alle deutschen Fahrzeuge, die ihr findet! Der hat gesessen! Der ist erledigt! Ein Leiterpanzer, halte den Kurs! Der ist für Fitsch! Das war's für ihn! Dieser, einer von denen ist losgekommen! Der Quer-Alle! Steig auf! Der wir uns weichern, unsere Linien! Unmöglich! Verschix den Wachstuhl näher! Der Quer-Alle hat ihn r chce! Der Quer-Alle hat ihn r commis! Der Quer-Alle hat ihn r treffen! Der Quer-Alle hat ihn riechen! Das ist ja, Mist, Kerler! Ich will alle deutschen Panzer brennen sehen. Zerstört sie! Jeden Einzelnen! Achtet auf! Panzer! Wir haben einen Zweifel mit unseren Linien! Wir müssen doch etwas anderes sein! Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Was ist das? Ich glaube, ich habe ihn nach vorne gelesen. Ich bin in Untertal. Halt, du Bastard. Halt, du Bastard. Halt, das ist gewinnt. Ich komme, jetzt schnifft du. Komm auf, du Schwein! Komm auf, du Angst, du Schwein! Wenn du jetzt aufgehibst, bin ich vielleicht krill. Ich rücke vor! Ich rücke vor! Achtet auf die Sieglinien! Ich rücke die Sieglinien! Jungs, komm raus! Seht auf zu Königin Bess und verzweifelt, ihr Jerrys! Allbirds, immer in Bewegung bleiben! McManish, warte auf ein klares Ziel. Jeder Schuss muss sitzen. Ziel ausgeschaltet! Habel ihn fest! Verstärkung ist unterwegs! Du bist tot! Schutz zu seiner Brüche! Ich bin die Läger! Du hast nicht die geringste Chance! Was hat der Mist? Jetzt sterbt du! Sehr gut, sehr gut! Weiter so! Der Zertreffer, McManish! Feindliche Gruppe nähert sich! Wir sollten möglichst schnell nach Combray fahren! Direkt die Hauptstraße entlang! Aber genau von dort werden sie kommen! Edward, finde eine Position, in der wir sie erwarten können! Okay, los geht's! Aufbruch! Hast du Angst, du Schwein? Ich werde sie kommen! Ich werde es aus! Unsere Stimmen reagieren! Der Stirzen und schiebt! Vor allem kommt's aus! Gute Schuss! Alles okay? Fahr weiter! Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer! Ist das fast? Ja! Panzer erledigt! Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer! Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer! Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer! Er bewegt sich noch! Erwischt! Er ist in Linie mit dem leichten Panzer! MacManus! Lassen wir sie büchen Männer! Halt mich! Auf deine Position! Ich muss gleich… Untertitelung des ZDF für funk, 2017